ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde bei geld verdienen im internet mit trading mit optionen mit forex cfd mit krypto und mehr wir haben hier gerade anscheinend news ja also wir ich zeige euch hier wie ihr geld verdienen könnten mit unserem neuen super bot mit dem 5 sekunden board der eine lücke natürlich vom broker aufgreift von mehreren brokern spektre funktioniert super und pocket option ich habe schon mal pocket option angetestet im video davor hier habe ich jetzt wieder mit echtgeld getradet wir sind fünf sekunden er hat jetzt wieder auf eine minute umgeschalten aber er war auf fünf sekunden hier geht das leider nicht da der broker umgeschalten hat wieder also ihr müsst ihr mal schauen wann der fünf sekunden anbietet der schreibt mal zehn minuten fünf sekunden zu mal zehn minuten wieder ab und ich habe bei cut yen den bord habt ihr gesehen hier jetzt hat er die fünf sekunden wieder zugeschalten habt ihr das gesehen na was mache ich hier für blödsinn er hat die fünf sekunden wieder zugeschalten bei cut yen und wir schalten den mal an schau mal ob er klickt er müsste klicken eigentlich und ja wir lassen laufen während ich rede wir sehen also ich habe den eingestellt jetzt auf fünf sekunden soll er traden mit 100 dollar pro trade und fünf punkte bei fünf punkten wenn er fünf punkte hat dann tradet er und wir sehen bam baller bumm baller bang habt ihr das gesehen trade war drin trade war drin also der tut automatisch für euch traden mit binären optionen fünf sekunden trades und ihr braucht bei dem bord wirklich nicht länger als fünf minuten pro tag wenn ihr den einschaltet wichtig ist nur noch mal hier zu erwähnen dass ihr einen chart nimmt wo viel bewegung drin ist also immer von 9 uhr 30 deutsche zeit wir sehen hier ist viel bewegung drin im cut yen 9 uhr 30 mit großen kerzen von 9 uhr 30 bis 16 uhr deutsche zeit ist am besten also noch eine halbe stunde heute und passt aber ihr habt gesehen was ich meine hier ihr schaltet einfach nur auf an und schon macht er die sache von allein er tradet er findet die lücke beim broker die kann ich hier so nicht sagen er findet die lücke beim broker ist aber völlig legal ohne probleme und ja und tradet die sachen fünf sekunden wie gesagt ihr braucht fünf minuten und dann ist die sache durch pro tag einmal früh einmal mittag und passt unsere trader gang tradet schon mit diesem teil teilweise sind zehn leute denen das verkauft wurde wir können nicht mehr verkaufen als zehn für pocket option und aber noch für spektre schaut mein vorheriges video an spektre haben wir jetzt auch getestet funktioniert super da haben wir noch zehn accounts frei wenn ihr den spektre account über uns macht könnt ihr den dann kaufen den bord für 999 jahren 999 hört sich viel an aber dieser bord ist einfach unglaublich also er tradet unglaublich und es lohnt sich wirklich für den bord schaut meine letzten videos an über diesen bord auf meinem kanal das ist eine maschine wenn du dabei sein muss bei den spektre zehn leuten wie gesagt muss den spektre account über uns machen link in der beschreibung und mindestens 500 dollar einzahlen und natürlich den bord kaufen 999 heute war der erste trading tag ich habe schon ein paar im letzten video schaut wirklich das letzte video an habe ich paar kommentare eingeblendet von den trader gang members das geile ist ihr seid dann automatisch auch in der trader gang also ihr könnt mit uns live traden wir traden fast jeden tag live im google meet zusammen eine stunde manchmal zwei stunden manchmal eine stunde also einmal 14 uhr und einmal um 18 uhr also das aber dann manuelles traden traden wir zusammen ja ich quatsch mal nicht weiter ihr seht der bord ist mega und ich blende jetzt nochmal ein was ich nach spektre mit pocket option hier getradet habe ihr habt ein trade schon gesehen wo ich euch gezeigt habe an aus aber schaut mal hin wie viel trades er vor zehn minuten gemacht hat für mich und ja checkt mal aus ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Leute, ihr habt gesehen wie der funktioniert, einfach grandios, ihr müsst darauf achten wirklich, dass viel Bewegung in dem Chart drin ist, große schöne Kerzen und dann könnt ihr den einschalten, maximal 5 Minuten laufen lassen und ihr habt euren Profit, ihr habt euren Profit. Ja, alle Links unterhalb des Videos in der Beschreibung, wie gesagt der Spektre-Link, wenn ihr den kaufen wollt, geht das nur über Spektre, der Spektre-Anmelde-Link ist unten drin, zahlt minimum 500 Dollar ein und schreibt mir eure Spektre-E-Mail-Adresse dann, dann kann ich checken, ob ihr wirklich einbezahlt habt und unter uns seid, schreibt mir die per WhatsApp, ist unterhalb des Videos in der Beschreibung mein WhatsApp-Link. Wenn ihr das kaufen wollt, den Bot natürlich, es sind nur 10 auf Spektre, die den kriegen, wie auf Pocket Option, dann schreibt mich an auf WhatsApp und sagt, hey ich mag das Ding kaufen, warum bloß 10, weil wir es so eng wie möglich halten wollen und nicht rumschreien wollen im Moment und ja, es ist ein Megabot. Dann würde ich sagen, ihr findet alles unterhalb des Videos in der Beschreibung, gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir einen Kommentar und gebt mir ein Abo. Beim Abo drückt die Glocke. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Live-Trading. Happy Trading meine Freunde, ich werde jetzt noch ein bisschen Geld verdienen mit dem Ding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.